Oh Gott. Leute? Ah! Was ist hier? Ich stecke im Buschfest. Okay. Wo sind wir? Warte mal. Freunde? Was ist das hier? Hallo? Irgendjemand da? Wo ist Ronja? Ese? Ronja? Ja? Ich bin im Treibsand. Was? Ich bin im Treibsand. Hilf mir. Was für ein Treibsand? Hier ist Treibsand. Hä? Aber ich sehe dich nicht. Hier, hier, hier. Ronja! Oh Gott. Nein, wir kriegen dich raus. Warte, ich brauche irgendwas. Ich muss irgendwas. Hier ist was. Moment. Eine Stufe und eine Angel? Ich kann es versuchen. Ronja, ich komme. Okay. Warte. Ah, ich bin da. Beeil dich. Schnell. 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 Ja, 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 ja. Komm raus. Oh mein Gott. Was? Gott sei Dank warst du da. Ich habe schon gedacht, wenn du jetzt einfach weiter schläfst, dann wird mich niemand retten. Und ich werde einfach im Treibsand versinken. Dann bin ich viel mehr weg. Gott sei Dank. Oh mein Gott. Wie tief ist denn das da? Hast du mal geguckt? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht. Nein, ich habe da nicht geguckt. Ich bleibe schon wieder stecken da. Ich bleibe schon wieder da unten kleben. Was machen wir hier? Wo sind wir hier? Wo ist unser Boot? Wo ist unser Boot gefressen? Gibt es ein Boot? Gibt es ein Boot? Ich habe kein Boot. Du hast es gefressen. War hier ein Boot? Ich habe es nicht. Ich sehe es ganz genau. Ladies and gentlemen, erstmal Ahoy und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Und damit willkommen zu allerersten Folge unseres brandneuen Projekts. Ronja, willst du sagen? Minecraft. Fairy. Fairy. Du hast es schon mal gesagt, aber du hast es nicht gehört. Achso, ich habe es nicht gehört. Nee. Ich habe es einfach gerade so laut geredet. Und Ladies, wir sind hier in Minecraft Fairy. Fairy, ich habe mich auch schon richtig feenmäßig angezogen. Und Ronja ist ja sowieso ziemlich feenmäßig unterwegs mit ihrem Galaxy-Shirt und so. Also von daher ziemlich cool. Richtig, richtig. Nice. Die Frage ist nur, wo sind wir? Was machen wir hier? Und was ist das? Hä? Äh, hallo? Hier ist ein laufendes Gras. Was bewegt sich? Ist das der Wind? Hat das unser Boot gefressen? Hallo? Ah, das sind Augen! Oh Gott. Jetzt sei weg. Hä, wo ist es hin? Keine Ahnung. Hä, das ist ein Hai! Ist er einfach runtergefallen, aber da... Oh mein Gott. Guck mal da vorne im Wasser. Er ist wieder da. Was? Was ist das? Äh, äh... Hallo? Wie heißt du? Wollen wir ihm Namen geben? Wir tun dir nichts. Komm, wir müssen... Äh, ich bin Izzy. Das ist Ronja. Das ist Ronja. Ich bin Ronja. Ich bin Ronja. Wie wollen wir ihn nennen? Du bist Izzy. Nimm ihn Sprout. Sprout? Sprout. Weil er ein Spross ist? Weil er eine Spross ist. Okay. Hoffentlich fressen Haie keine Sprossen. Was machst du hier Sprout auf der Insel? Und warum läuft er die ganze Zeit? Vielleicht will er joggen, um ein bisschen vom Ruck zu verlieren. Ja, vielleicht will er ein bisschen, dass er sich in Form hat. Ja, stimmt. Aber wie hat Sprout sich gerade so klein gemacht? Du hast doch gesehen, er ist so verschwunden irgendwie. Ist er unsichtbar geworden oder ist er klein gewesen? Ich glaube, ich weiß nicht. Es sah ein bisschen aus, dass er einfach zusammenschrumpft. Aber dann war er weg. Er ist wieder weg. Ja, das ist wieder gemacht. Sprout? Sprout. 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 Wir tun dir nichts. Wo bist du? Da ist er. Er ist wieder aufgetaucht. Ronja, was machen wir jetzt? Wir müssen runter von dieser Insel. Okay. Treibsand, 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 Treibsand. Oh mein Gott. Ah, ich weiß es nicht. Du kannst es schaffen. Komm schon. Ja. 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 Ich habe es geschafft. Wir sollten den Treibsand erst mal zubauen, glaube ich. Ich glaube auch. Hier waren noch mehr Sachen drin. Dieses Fichtenholzstufe, eine Hacke und... Oh, ich habe Frühstück für dich, Ronja. Oh, geil. Das sind doch Chivis. Was hast du für eine Tüte aufgenommen? Ich habe eine Tüte aufgenommen, weil ich es nicht wüsste haben. Bitte schön. Ich baue jetzt erst mal... Ich kann nicht leer. Ich kann, glaube ich, nicht alles zubauen. Ich habe keine... Ich habe nicht gut gestufen. Hier, damit wir nicht reinfallen. Aber wie kommen wir hier weg? Wir brauchen Holz für ein Boot eigentlich, oder? Wir brauchen Holz. Was ist denn... Okay. Hier sind keine Bäume oder irgendwas, ne? Ist gar nichts. Keine Büsche nicht. Keine Bäume. Ich sehe zumindest keinen, oder? Ja, nee. Kann ja sein, dass hier hinten irgendwo was Kleines ist. Hast du Holz gesehen? Hier ist eine Kiste. Ich weiß nicht, ob da irgendwas drin ist. Diese Kiste? Hier ist ein Setzling. Uh. Und Weizenkörner. Sprout, willst du einen Korn essen? Bitte schön. Schmeckt ihm bestimmt. Der isst bestimmt Körner, oder? Oh, ja. Freust du dich? Magst du Körner? Ja, er freut sich. Wie süß. Warte, wollen wir den Baum anfangen? Ich will nicht ins Wasser springen, wo der Hai ist. Wir brauchen halt zwingend ein Boot, glaube ich. Ich glaube, selbst zu dem Boot ist das super gefährlich. Was, wenn er uns angreift und uns versenkt oder so? Ja, stimmt. Wir müssen schnell sein. Aber ich pflanze mal hier den Baum an. Ich glaube, da steht er ganz gut. Und, äh... Warte mal, Sproutin, ich kann was zu essen suchen, oder? Wollen wir was zu essen holen? Hier sind Bärens. Meinst du, du findest noch was Besseres als die tollen Chilis, die du mir gegeben hast, ja? Ich will ehrlich gesagt keine Chilis essen. Also, du kannst sie ja mal kosten und probieren. Ähm, ich gucke mal, ob ich hier noch irgendwie was zu essen... Hier ist was. Hä, das... Hab ich irgendwie nur kaputt gemacht. Hast du was gefunden, Sprout? Ronja, hast du was? Wir könnten hier weiße Körner anziehen. Also, hier sind... Stimmt, ja, ja, ich hol die mal. Ne, ne, ich hab sie schon. Ich hab sie schon. Ach, hast du schon, okay. Äh, genau, ich hab sie schon. Und, ähm, wir können... Genau, Sprout hat auch schon angefangen, fleißigerweise. Ähm, wir können... Oder ich geb dir einfach mal die restlichen Körner. Guck mal. Hier ist eine Steinhacke. Danke, danke. Und, wo ist unser Sitzling hin, Ronja? Hast du den umgestellt? Was? Nein. Hä? Warte, du hast den... Wo ist der hin? Du fälfst mich, oder? Easy? Ronja, hör auf. Easy, wo hast du den Sitzling hin? Ronja, hör auf, bitte. Easy, easy, sag mir. Ist ja witzig, aber wir brauchen das heute. Sprout, hast du den Sitzling gegessen? Nein, Sprout war bei mir. Das warst du. Sprout hat auch Körner gehabt. Der hat gar keinen Hunger. Ja, also warst du's. Ich hab nichts gemacht. Ich sag es doch. Ich schwöre. Jetzt setz den Sitzling da wieder hin, Ronja. Das ist nicht witzig. Ich hab den nicht. Ich will nicht die ganze Zeit auf dieser Insel versauern. Mit einem Hai. Ja, aber ich hab hier keinen Sitzling weggemacht. Ich will doch auch nicht hierbleiben. Ach, weißt du was? Mir ist egal. Wir müssen neues Holz finden. Ist hier noch irgendwas? Nein, es ist leer. Hai, gib uns Holz. Hey, du da. Komm schon. Der greift mich an, der greift mich an, der greift mich an. Ronja. Oh Gott. Aua, 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 aua. Warst du klar? Eine gute Idee. Warte, bist du okay? Ja. Der Hai hat mir die Zehe abgeknabbert, aber sonst geht's mir gut. Okay, also wir brauchen irgendwo Holz. Wir brauchen Essen. Wir müssen Haifleisch essen. Oh Gott. Kann man aus einem Hai ein Boot bauen? Was, wenn wir oben uns raufsetzen? Was ist, wenn wir auf dem Hai reiten? Was ist, wenn wir den Hai mit Chilis zähmen können? Ich werfe mal eine Chili ins Wasser und gucke, was passiert. Ich glaube, ja. Wenn er vorbeikommt das nächste Mal. Vielleicht merkt er die. Ich glaube, der hat sich ein bisschen festgefahren davor. Jetzt schwimmt er weiter. Der hat bestimmt irgendwie einen an den Kopf bekommen, als er mich gebissen hat. So, was machen wir jetzt? Wir brauchen Holz. Friss sie. Ist hier irgendwo noch für den Sätzen oder so? Lecker, lecker für Chili-Entdecker. Hier ist irgendwas. Ronja, bleib mal oben. Ich mache mal weiter. Ich baue hier. Hier ist, glaube ich, hier ist eine Höhle. Hier ist ein Bild. Okay. Hallo. Siehst du was? Ja. Hier ist ein Skelett drin, der Karten gespielt hat. Aber mit wem? Oh, okay. Und zwei Sitze. Scheinbar war hier noch irgendjemand anderes. Offensichtlich. Aber gut. Hier ist eine Kiste. Wir haben Stöcker. Wir haben einen sehr interessanten Trank. Und was ist das? Hier sind irgendwelche... Was? Kokosnüsse? Kokosnüsse können wir essen. Sprat, hier sind Kokosnüsse. Warte mal. Was ist das überhaupt für ein Bild? Ist da irgendwas hinter? Leute. Ronja, hier ist Holz. Soll ich mal zu dir kommen? Hier ist Holz. Da ist Holz. Bring eine Axt mit. Hast du eine Axt? Oh ja, ich habe eine Axt. Frout, komm mit. Hast du eine Axt? Natürlich, ich bin hier. Ich suche den Eingang. Ronja, jetzt komm schon. Ja, ich suche hier den Eingang. Hier, hier bin ich. Aber da bist du. Mann, wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Ich bin hinter dir. Hallo, hier. Ach, da unten. Oh, was? Ja. Ah. Hier geht's runter. Ich werfe die Kokosnüsse an den Kopf. Danke. Hier vorne, hinter dem Bild ist ein geheimer Raum. Und da ist Holz drin. Da ist Holz drin. Ähm, ihr seht es, das ist kein Holz. Das war gerade Holz. Ich schwöre. Ah, ha, ha. Ich wirklich? Das war gerade Holz. Ja, aber das kann sie... Also, du willst mir jetzt sagen... Hey, ihr wisst doch auch, dass das so in dieser Art und Weise jetzt in Knochen verarbeitet hat. Sprout, warst du das? Das kann doch nicht sein. Soll ich das Sprout gemacht haben? Soll ich das Holz gegessen haben, oder wie? Ich weiß nicht. Ich beschuldige euch gerade wegen allem. Aber, aber wer ist es denn? Okay, vergiss das einfach. Aber ich hab sonst auch nichts gesehen. War hier irgendjemand noch auf der Insel? War hier irgendjemand auf der Insel? Ja, wahrscheinlich fliegt hier ein Geist rum. Keine Ahnung. Vielleicht ist doch der Weihnachtsmann. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht ist das Skelett da unten. Das ist irgendwie so eine verwunschene Sache. Weißt du, ein Nüschtruppenschein. Ja, wahrscheinlich lebt es noch oder sowas. Nein, vielleicht der Geist von dem. Was weiß ich denn? Guck mal, hier sind Kokosnüsse. Du musst die werfen, denn dann explodieren die. Sprout, kommst du mit hoch jetzt? Sprouty! Oh, Tatsache. Jetzt haben wir was zu... Aua! Hast du mich geschlagen? Nein, das würde ich doch niemand sagen. Du hast mich mit der Kokosnuss beworfen. Gibst du! Nein, 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 nein. Okay, das war ich wirklich. Aber das mit dem Setzling war ich nicht. Versprochen. Ehrlich. Toll. Nee. Ich finde Sprout nicht mehr. Wo ist Sprout hin? Wie kommen wir denn jetzt weg von hier? Wir könnten das Highmobil nehmen. Das Highmobil. Vielleicht mag der High Kokosnuss. Warte mal. Er ist gerade weg. Er guckt gerade in die andere Richtung. Ich versuch's. Okay, ich versuch ihn abzulenken. Ja, wenn er kommt. Ich gebe mir einen Trank. Äh, noch nicht, weil dann kommt er nicht an. Powertrank. Highmischi um die Ecke. Zack. Zurück. Ja, Powertrank. Bleibt zurück. Ah, hier ist nichts. Bleibt zurück. Oh Gott. Hat er mich gesehen? Wir fangen mit Kokosnüssen ab. Oh nein. Wir, 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 wir fielen. Ah. Oh Gott, er kommt. Ich kann ihn nicht länger aufhalten. Nein, nein, nein. Ich habe ein Boot. Ja. Oh Gott. Nein, mein, mein Wasser geht leer. Äh, meine Luft geht alle. Ich werde aussehen nach dem High. Damit du. Schnell, Ronja, steig ein. Warte, 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 warte. Jetzt ist der High gerade da. Ah, schneller. Wir können jemanden kommen. Ich bin viel schneller als der High. Ich bin ein guter Bootsfahrer. So, jetzt steig ein. Ah, du, schnell. Wo ist Sprout, Ronja? Wir müssen Sprout mitnehmen. Also. Okay, Sprout. Sprout ist weg. Sprout ist weg. Sprout ist verloren. Sprout versteckt sich. Okay, wir kommen. Wir kommen. Wir fahren in Festland und dann holen wir Sprout. Okay? Wir müssen nur irgendwie. Ja, wunderbar. Okay, okay. Alles cool. Alles cool. Da hinten ist der High. Schnell weg. Ich sehe ihn nur hinten. Ich weiß nicht genau, wie ich langfahren soll, Ronja. Da vorne ist was. Da vorne. Hier vorne ist was. Komm schon. Ja, wir kommen mal Festland an. Ja. Woo. Nice. Oh Gott, sehr Dank. Bitte sag mir, dass das... Wir sind im Eis. Wir sind mitten im Eis. Oh nein. Was jetzt? Ja, super. Zum Glück sind wir nicht mehr auf der Insel. Da sind... Was ist das? Da fliegt eine Fee. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kann mich gerade nicht bewegen durch das Eis. Jetzt ist sie weg. Hä? 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 Ich kann mich... Hier war eine Fee. Da war was, oder? Ja. Ja, ja. Hier war gerade eine Fee. Also ich glaube, das war eine Fee. Das hat sich auf jeden Fall so... Das sah so aus wie eine Fee. Der Himmel wird hier auch total rosa. Wo sind wir hier? Wir müssen Sprout holen, Ronja. Das dürfen wir nicht vergessen. Sprout ist aber... Der ist aber weg. Okay, Sprout ist klein geworden. Wir holen ihn. Wir holen ihn. Wir holen ihn später ab. Okay. Wobei ich echt nicht weiß. Aber wir werden es schon sehen. Okay, keine Ahnung. Ja gut, alles klar. Okay. Hier ist irgendwas. Warte mal. Siehst du das? Oh. Das ist ein Gebäude da oben. Das ist ja riesig. Meinst du, da wohnt die Fee? Das ist ja riesig. Warten. Was?